sind wir live? wow, alter das hat jetzt viel zu lange gebraucht, verdammte kacke mann sorry aber wieviel Updates mit dem Spiel wir machen, so machen wir schöne Stumbnail und alles, damit wir auch alle glücklich sind, können wir nicht gut bin Da muss man schon eine Klasse machen. Ich mache mir jetzt die absolute beste Klasse, die es je jetzt gibt. Die, die es je jetzt gibt. Ja, die es je jetzt gibt, Alter. Jetzt musst du schauen. Jetzt musst du schauen, Södi. In kleinen Padawan. Ich habe noch einiges zu lernen. Ja, Alter, ich habe keine Ahnung. Alter, alle AR sind doch mega beschissen. Alle AR oder was? Ja, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung, ich fühle die Ahnung. M4 oder wie? M4 A1 fühle ich. Und ähm... Der Grau 5,56 mm. Ja, Grau finde ich auch. Grau habe ich eben nicht. Das ist das Problem. Ah, gut, hast du gerade gegeben. Ich habe dir Level 66 gegeben. Ja, ja. Ich könnte Ding. Krieg könnte man probieren, aber... Bis jetzt habe ich noch nicht die richtige gefunden, leider. Schauen wir mal Suppressor. Ranger. M3 ist sicher ansteig. Naja, ich benutze eben eigentlich Stoner. Also Ding, ähm, LMG. Oh, die ist aber schon nicht zu nahe. Äh, Stoner habe ich über Level 4. Ja, du hast, du hast gewollt, oder? Ja. Ja. Äh, ich habe nicht. Ich habe ja keine... Ich habe ja keine MW dafür für AniB. Ja, aber du kannst... Cold War Waffen, dann kannst du alle U-Levelen. Ich kann nur die MB Waffen U-Levelen. Weißt du, was ich meine? Oh, echt? Alter, das ist schon... Das ist schon scheisse. Ich meine, ich kann sie schon U-Levelen, aber dann müsste ich... ...kann ich wieviel Killsammes reisen mit einer... ...Null-Ubsatz-Waffen, Alter, in der Ding, da, in der... ...wie heisst's? In der, in der, ähm... Oh, Battle Royale, Alter. Und das ist fast unmöglich. Und bei Dingen halt, so Multiplayer Shipment oder so, oder Only Shoot House, das ist easy. Ja. Durch den Waffen-Levelen. Weisst du, dann haust du so ein Ding, so ein IP, äh... ...Doppel-IP-Ding, Alter. Und dann hast du die Waffe innerhalb von einer Stunde, hast du die... ...Level 50 oder so. Da hast du recht. Da hast du recht, Sigi. Ich glaube, ich snipe einfach mal. Heute. Schon lange nicht mehr gesniped. Aber ich komme eher... Ja, ein Sniper kann ich, finde ich auf dieser Map voll unnötig, Alter. Da kommt jene Sniper durch. Auf der anderen, easy, ja. Aber auf der End, nein. Doch, Alter. Du kannst Quickscope, wie verrückt da. Aber das Problem ist, du bekommst einfach nicht so viele Kills übersusten. Ja, egal. Ja, ist doch. Bis dann... Ghosty. Ja, da brauche ich gar keinen Ghost. Tempered. Wahrscheinlich Tempered. Ah, zwei Schild. Ja, da ist das. Ja, da ist auch... Ich kann auch immer High Alerts machen. Und auch Auto Combat Scouten. Na, nein. Einen, nein. Nein, nein, wir sind bereit. Komm doch einfach. Jetzt. Ich bin Italiener. Bist du eigentlich auch Italiener, Siri? Äh, si, buon giorno. Bist du 100% Schweiz? Äh, si, nein, also ja. Ja, ja, ja. Nein, ja, nein, ja, ja, nein. Also ich sehe mich als 100% Schweizer. Wieso, wenn du jetzt... ...kommst, ja, und was bist du vom Blut? Dann muss ich sie nein sagen. Wieso, bist du denn Italiener? Nein, halbdeutscher. Das ist doch schön. Nee, da hast du alles gesagt. Ich mag Deutsch, Leute. Also ich muss das sagen, weil meine Freundin ist deutsch. Ah, guckst du einfach gleich neben dir, oder wie? Nein, nein, nein. Ich bin zuhause. Ja, keine Ahnung. Also weisst du, meine ganze Familie ist deutsch. Also meine Oma ist ganz deutsch. Mein Uta ist ganz deutsch. Mein Onkel ist ganz deutsch. Mein Tante ist ganz deutsch. Also eigentlich sind alle ganz deutsch von meiner Familie. Ja. Keine Ahnung. Ich bin stolz darauf, dass ich Deutscher bin. Also ich gebe nicht mehr mit dem an. Verstehst du meine Meinung? Ja, klar, wirst du lieber Schweizer. 100%. Aber man kann nicht alles sagen. Das ist ja so, das ist ja so. Ah, Lorenzo. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Also online ist er, hm? Ich hoffe, er muss ab den nicht machen. Das wäre ja ruhig. Ja, da war er heute. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus aus? Alles gut? Alles gut? Bis zufrieden. Hallo der Enzo, mein Schatz. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Hast du alle gemerkt, oder bist du mp5? mp5 oder mp7. mp7? mp7 habe ich noch nie benutzt. Doch, Alter. Die ist falsch. Ganz, ganz, ganz. mp7. Mal schauen, welches Level ich mp7 habe. mp7 habe ich. mp33. Wie? mp7. Du bist schon ein. mp7. Warte mal. So viel kannst du eines machen. TUS MAN W Essen At the main menu, ja, dann sind wir ja da aus. Die MP7, die ich hier einfach geil finde, ist ähm, der hat 70 Schuss, äh, 50 Schuss, 50 Schuss Magazin, da kannst du nur durchrattern. Ja, 50 Schuss sind viele. Der MP5 zum Beispiel nicht. Sicher? Nein. Das Zusatzmager sind schon. 45 maximal. Nein. Doch. Das würde ich gewinnen. Also die Cold War MP5 hat 50. Ja, Cold War kenne ich nicht. Ich kenne nur von der MB. Ja, Pech gehabt. Lorenzo hat gesagt, wir sollten schon mal eine Runde machen. Dann machen wir doch eine Runde. Ja, ja, das kommt schon gut. Ja, ich hoffe. Ja, ich hoffe. Die erste Runde, die erste Win ist doch immer so das Motto. Ich vermisse meinen PS4 Controller. Wie lange hast du noch Ferien? Diese Woche einfach. Ja, nur diese Woche. Also, wenn wir am Dienstag, dann... Also, nur am Morgen. Däh. Am Morgen bin ich am Mittag weg, das weiss ich. Ja. Am Abend wieder rum. Ja. Däh. Am Dienstag habe ich eigentlich den ganzen Tag verplant und Sonntag hätte ich wieder Zeit. Okay. Lass jetzt schon damit, ich weiß, wie viele? Ach so. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Kommt! Hoppala! Läuft bei uns! Yo! Wie hab ich jetzt den Gunfight gunnen, Mann! Hatte gestern auch nicht probiert, bei meiner Freundin war so ein Spiele, oder? Hat im Fall gar nichts funktioniert, ich bin fast raus, ich habe keine solche Grindfee bekommen. Sorry, das haben wir nicht ganz verstanden. Gestern habe ich, oder dort wo wir Golf gespielt haben, oder? Ja. Habe ich mal ein bisschen probiert Warsons zu spielen, bei meiner Freundin. Und es ist einfach nichts gelaufen, weil... Da spiele ich ja mit Monitor, oder? Und so Kabel, und dort ist es so mit Fernseher und WLAN, und du merkst voll den Unterschied. Ja, Alter. Ich kenne es, ich meine, ich habe mich nicht immer wieder gamed auf dem Fernseher. Ja, ich kenne einen 55-Zoll-Fernseher. Nein, nicht 55... Doch, 55-Zoll-Fernseher. Und ich gehe auf einem 17-Zoll-Monitor. Ja, ja, ich weiss, es ist mega schlimm. Ey. Okay. Ich habe eigentlich nichts an den Brot. Nichts. Du bringst ja nichts an den, das ist... Jedes Mal, wenn ich gezielt habe, hat es so zu viele gezielt. Wege dem... Ja, ja. Digga, da hat es hinein, hat es wieder mal neu, du sagst Scheisse. Ich habe einen P5. Ich gehe mal einen Pump. Meine Hand spritzt jetzt schon quasi wie so. Ich habe keinen einzigen Chests oder so gefunden, Alter. Nein, ich kann einen Raketen werfen. Ah, da. Ah ja. Gefällt mir schon ein bisschen. Wenn der andere mitspielt, hätten wir das Ding. Gut, wo sind die anderen Zeugen? Ja, Alter. Hey Miguel, was geht ab? Äh... Das ist die erste Runde, Bro. Quasi nur mit dem Ding, nicht? Nachher kommt Lorenzo. Dann gingen wir wahrscheinlich. Wo ist denn der andere Kopf, Alter? Oh! Cool! Schau mal an das Zigzag, Alter. Wo ist denn der... Der Sieger von 10'000K hat halt am Arsch der Welt, Mann? Ja, logisch. Ist immer so. Was krass, dass man solche Leute spielen, Alter. Ich kenne mich. Da hat es noch... Daddy. Äh... Mag10. SMG Tagged for Retrieval. Kannst du MP5 von mir haben? Ja, wo... SMG Tagged for Retrieval. Äh... Bio hat es... Menschen. Aber... Warte, vielleicht hat man schon... Bist du auf dem Dach? Mhm. 4, 6... Ah, wir haben noch nicht genug. Oh, hier kommt noch der Scheissdach. Wir brauchen noch ein bisschen Cash, Sidi. Hast du schon alles durchsucht da unten? Ich bin durch dein Ding da. Durch äh... Wie heisst es? Durch eine Kompetitur. Ahhhh... Ahhhh... Das ist nicht schlimm. Wir müssen Bajo rein. Ja, dann hat es Leute. Kritisch. Ganz kritisch. Warte, ich habe einfach Cash gefunden. Uuuuh. Ohhhh... Das war gar nicht gut gewesen. Ich hätte das nicht machen sollen. Wo bist du? Achtung, er kommt runter. Er kommt runter. Er kommt runter. Er kommt sicher runter. Oh. Mhhh... Achtung, Prison! 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 Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Das ist so ein Schlechtes von mir, Alter. Du Muttersohn. Jetzt bin ich verdammt gierig aufs Geld geworden. Achtung! Die kommen! Die kommen! Die kommen! Die kommen! Hau! 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 Oh, sie haben loadout. Seid, ich muss dich alleine lassen. Sorry. Alles is. Schaffst du ja schon. Uuuuh! Oh shit. Die fighten ja, Mann. Gar nicht schön. Nein! Nein! Scheisse durch mich! Rund. Auf die platten, ne? Wie geil. Jetzt eigentlich. Ja genau. Woher schießest du? Hä?! Gas ist inbound. Marking you safe zone. Irgendwo schiessen sie auf mich, Mann. Schau alle da an. Schau alle die Bitches an. Schau alle die Bitches da oben an, Mann. Der hat alle Leute. Oh, fuck, geht noch bei mir. Du bist schon noch am Leben. Damn. Schau dich doch. Ich glaube, ich weiss von wo sie schiessen. Von wo? Ich weiss nicht, ob ich gerade einen Fehler gemacht habe. Wo hast du den Cluster gesetzt? Uuuuh, ich habe gerade einen Cluster gesetzt. Nein, nein, das war unser Kollege. Du, beim Ausluss, Yazid. Ja. Da rein. Ah ja, er spricht runter. Ah, da wäre zu geil gewesen. Komm schon, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Ich kann gleich pushen. Down, down. Kannst du ihn killen? Wuuuh. Erste Kill von heute, Alter, let's go. Ich sehe ihn nicht. Hast du ihn, hast du ihn? Nein, nein. Wo hast du ihn, Brody? Oh, jetzt hast du meinen Kill geklaut. Aber er hat sich wieder revived. Ja, weil er zu langsam ist. Uuuuh. Jetzt verrecklich, jetzt verrecklich. Oh, sie pushet. Ach ja. Alter, wie bist du am Leben? Das ist so ein Überlebenskind. Oh, shit. Und darum geht es. Ich verstehe, ich habe keine Aufmerksamkeit auf sich. Dann bin ich gut. Ich hätte einen Lowdown geholt. Ich spreche, habe irgendjemand gehört. Oh, das ist so, Alter. Alter, du hast Leute. Ja, die Gegner, die wir vorne, schon dort hatten, sind auf uns am Schiessen. Alter, du packst. Danke für die Stap Fröhmbaper. Wie hat er das mal erlebt? Nein du nur den Sohn Alter! Wie hat er das mal erlebt? So ein lucky Bastard Logisch ein Self-Revive Ja ich gehe so oder so Oh Mann Oh Mann Oh Mann Hey Lorenzo Was denn logisch holen Sie jetzt alle mein Zeug Was mache ich jetzt Mann? Ich bin am Arsch Die kann MP5 Bist du allein? Nein nein der CD ist auch nur da Yo yo Hey hey Oh logisch ist mein MP5 weg Oh fuck oh fuck Nein! Nein! Oh ich lebe doch Wie 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 Das ist doch blöd von mir gewesen Erika? Du wärst Erika Alter Oh Die Miguel ist im Chatel Lorenzo Oh La Miguel Sinds weg Sinds weg Sinds weg Nein Sinds nicht Laufen weiter Laufen weiter Laufen weiter Dab Nein 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 der RED Sturm ist so schnell Der DAMA ist so schnell Ahhhh Ich habe nichts da Oh включ Ich dachte sie sind abgehauen, oder sie sind nicht abgehauen. Wieso, wieso sind sie noch dort? Uuuuuh, da ist es... Warum mache ich eigentlich ganz genau da, Alter? Das kriege ich mich auch. Die sind gerade alle ein bisschen verteilt, irgendwie. Ich bin irgendwo runter, ich habe gewohnt zu einem Team-Mate, aber er ist gestorben. Läuft. Wow, Pellington, Mann. Alter, wie sind wir noch am Leben? Wie? Wo bist du, Sedi? Nein! God damn, ich bin jetzt verschuldet. Der oben, der oben Sedi, der oben. Der oben ist ein, gell? Der oben ist einfach nichts. Oh. Oh, fuck, Alter. Oh, du hast nichts... Ach, nichts hast du gehabt? Zwei Fenex. Wir, 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 wir. Sedi, es hat einfach nichts wie mir. Es ist richtig ruhig. Tun das so. Jetzt kommt... ...der beste Play des Jahres. Alles. Holy shit, jetzt wie leut. Ah, du Bitch! Ah, ich bin tot. Ich bin sowas so tot. Die Runde ist so für den Arsch gse. Sedi, es liegt alles an dir. Ist das Heil-Hitler-Hartzeichen, Husky? Oh ja, oh ja, Sedi. Oh ja, die kommen alle raus. Die kommen alle zu dir. Die kommen alle zu dir. Die kommen alle zu dir. Ja, ja, ja. Alter, du bist so schlecht in Position. Geh auch noch in die Hütte. Nein. Wieso? Oh Gott, Alter. Geh auch in die Hütte. Ja, ja, ja. Jetzt kannst du es aus dem Penster schauen. Nein, ihr verdammte Notensöhne, Alter. Ja, 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 ja. Ja, nice, nice. Chill, chill, das Gasmaske. Chill doch! Chill doch! Nein! Nein! Chill doch, Alter! Wieso gehst du? Oh, fuck, Alter. Oh, meine Fresse. Sieben Kills, Alter. Wie war das so gut? Du hast auch so eine Chille. Man, du hättest dich da gehabt. Easy. Oh, scheisse, Alter. Ja, ich bin auch gerade angefangen zu hustlen. Ja, du hast Panik gehabt. Ja. Wie so ein Reh ist schon aus dem Zoo rausgerannt. Mit Wültnis. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Vorlesig? Vorlesig. Stabil. Ist nicht viel. Stabil. Und was hast du gemacht? Hast du auch einen Schuh gehabt? Ja, ich hatte heute eine Kameraprüfung. Für den Kameraski. Erwartungen übertroffen, Alter. Let's go! Oha! Ja, aber es war nicht so schwierig. Es ist trotzdem so eine Dreiviertelstunde gegangen, Alter. Du warst immer so persönlich mit deinem Supervisor und hast schon so Kameras und Stativaufstellen und Blitzanlagen und so. Nice. Und jetzt darf ich dafür alles Material auslehnen. Ist doch geil. Ja, geil. Gratulieren. Let's go! Erste Prüfung. Sogar Erwartungen übertroffen. Ja, Mann. Ich bin ein richtiger Nerd. Ich bin eine gute Musiker. Ah... Aber was ist denn? Schauen wir, du hast die beste Golfrunde Veragoerście verpasst, Alter. Letztes Mal, wo ich dich gefragt habe, ja. Ich, Marco, sehe die 18 Löcher. Wohl über etwas gesehen? Ich habe gewonnen, Alter. 10 Abstände zwischen dem zweiten. Marco hat immer 10 Abstände und von Marco und Sily sind es auch nochmals 9 gewesen. Also schon nicht so eng gewesen. Ahhhh. Macht gerade mega Freude. Das ist gerade Marco. Ist doch nice. Wie man spielen kann, wo alle... Passiert ja nicht oft. Ich muss sagen, ich vermisse ihn in Warzone. Ja, früher hat es Spass gemacht mit Timo und Morris. Aber dort sind wir auch noch nicht in die zweite Lobby gekommen. Jetzt überleben Sie keine Minute. Das ist schon das Problem. Die Anfangsziele sind gargse. Oder Fortnite. Das war auch gargse. Ja, das ist ja Fortnite. Cooler Scavenger. Was? Ich bin komplett verarscht, Alter. Komm da hin. Komm da hin. Komm da hin. Oh das ist ja ein Deacon. Komm da hin. Ich bin komplett verarscht. Ich bin ganz gut. Du bist ein Deacon. Und ich bin ganz gut. Das ist schon echt ein Deacon. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich kann mal schauen... Das sieht nicht gut aus... Die Tür ist offen... Nein, die Beirat-Leute... Ja, hinten sind sie... Nein, ist ja klar... Ist ja klar... Ah! Ja, genau... Ach, die wird schon verarschen... Das sind doch überall Leute... Du Hunde-Sohn, Alter... Du Hunde-Sohn, Alter... Du Hunde-Sohn, Alter... Wow, drei Daun... Hast du drei Daun? Ja... Warte... Ich habe drei... Leck du mir... Flank des Jahres... Oh... Alter... Ich bin immer richtig gelandet, Alter... Und ich bin schon tot, Alter... Deacon ist voll, Alter... Voller Bitches... Deacon ist voll... Aber richtig voll... Wenn ich nur Deacon-Bio auch... Ja, sie springen rechts vier Leute runter... Ja... Das ist ja nicht gemein... Yo... Ich habe mir einen Kill nicht bevor... Ja, das hätte ich gar nicht gesehen, Alter... Ich habe keinen Shield mehr... Ich bin am Arsch... Ja... Ich habe keinen incense Ich nehme denAf-Shenz... Ja... Ich bin mit dem ELAN! Ich zache schicke. Oh, jetzt geht es super rein. Verpasst. Ja, die sind gleich wieder unten jetzt. Hey, da hat sie eine Nagelpistole. Ich habe immer noch keine Schuhe erhalten. Aber ich kann nicht zum Shop. Ist deine Nagelpistole gut, so schnell. Nicht mehr. Nee. Bist du am Heli fahren? Hey, wo sind da eigentlich? Wir sind da hinten. Lorenzo, unter mir sind es im Falle. Ich weiss noch nicht wo. Lorenzo, wenn du zu mir kommst, dann müssen wir hinten ein Ding holen. Wenn ich jetzt alle wäre, dann hätten wir eine Vorratswifel. Oh ja. Äh, die Vorratswifel sind ja hier. Vorrat. 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 Das sind da unten. Down. Vorsicht. ugschrift. Säger. Dinosstärkische Einigung zu sitzt. Das ist es sofort hinein. Dinosstärkische Einigung, das ist ein Ding. Nee. Dinosstärkung. Danke Lorenzo! Wieder wieder! Noch eine loader gekocht! Nice! Ja! 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 Ah ja! Jetzt bist du am Gas gehen! WTF! Ja! Muss man ab und zu, oder? Oh, ich habe selber keinen Satelatz! Gib ihm noch das Geld, Alter! Mann, ich fühle es nicht! Mark some gear! Was kauft er denn noch? WTF! Oh, yes! Was? Alter, PP ist noch abgegangen, Mann! Floor Loot PP! Habe ich alle Kills gekocht! Habe ich auch PPS abgemacht! Heftig! Heftig! Ich bin oben! Auf dem Dach! Ich bin auf dem Dach! Ich bin auf dem Dach! Aber... Gas is closing! Get to the new safe zone! Ich hole mal eine Drohne oder so! 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 Ich hole mal eine Drohne! Ich habe noch nicht gekauft! Genau! Es geht nicht runter! Schöner Wurf! Ich komme nicht runter! Die Drohne! Nein! Ich habe da... Nein! Es hat nicht mehr gelangt! Ich war gerade schwer! Sorry, Jungs! Alles gut! Ich habe die Drohne! Ich habe die Drohne! Wir sind beide schon dort oben! Aber ich sehe niemanden! Ich habe auch keinen Sniper dabei! Also... Nein, ich auch nicht! Dort unten links sind sie! Ah, Alter! Dort unten! Ja! Zwei Teams! Das ist gerade ein bisschen schwierig von hier! Wo? Ah! Ich habe schon abgebrochen! Es sind nur noch drei andere Teams im Fall! Ich nehme mir nicht mehr so viel los! LOL! Sie kann hacken irgendwo! Oh! Sie müssen... ... da hinein! Die X haben die Drohne! Oh! WTF! Gesnackt, oder? Ja! Während dem Springen! Jetzt werden wir geclustert! Seidig! Weg! WTF! Alter! Wie? Wie hat er das gemacht? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Crossbow-Action. eine down zwei down aber nicht ganz tot wo schiesst du da eigentlich auch nicht? ich schaue immer noch an das haus da sind zwei zwei habe ich ganz schildbroke geschossen ja also huwason mit dem sniper ich bin safe ich bin safe Sedi 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 ich habe es in den Schaden Sedi 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 Zwei Teens ah sorry schon gut also wenn man dann verlieren geht es bin ich ab Oh shit, oh shit. Wir bringen den Ego endlich mal rum, das ist schon so ziebem Mal und zwei. 2 gegen 1, 2 gegen 1. Oh oh. Du hast noch die Präsentation, oder? Du kannst auch noch irgendwo draufhauen. Aber dort musst du hin nachher. Er ist wie bei euch. Startet oben. Ja, ja, easy, easy. Der hasch, easy. Schöööö, Lenzo. Let's go. Puh. Let's go. So ein Trottel. Ich gewinne da einfach das erste Spiel, Lorenzo. Cool. Wie ein letztes Mal. Das erste und das letzte. Das erste und das letzte. Das erste und das letzte. Da können wir uns gewöhnen eigentlich. Miggi ist glaube ich nicht mehr da. Das sieht uns nicht mal. Wie traurig. Wie traurig. Immer wenn er zuschaut, gewinnen wir nicht. Alter, der hat acht Kills gemacht. What? Aber schau mal. Damage Jack. Ja, ja. Kill klauen. Wenn er schon so gut ist. Das habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich auch nicht gemacht. Was hast du gemacht? Irgendwas dummes wie es aussieht. Ich habe mich langsam an PS5-Controller gewöhnt, Lorenzo. Gewöhnt? Gewöhnt. Na. Ich spiele lieber mit dem PS4. Ja, aber es fühlt sich eben schon geiler mit dem PS5-Controller. Es ist so heavy. Ah, was ist passiert? Jetzt. Ist morgen auch schwul, Lorenzo? Mhm. Vielleicht so, gehst du eigentlich am Morgen? Ja, morgen habe ich online. Oh. Oh. Geil. An der Online-Schule hat mich das ganze letzte Studium verkackt. Weil alles war online und irgendwann habe ich einfach abgehangen. Haha. Nein, nein. Ich finde aber fast chilliger. Ja, es ist auch viel chilliger, Alter. Scheiss, den Zug auf Zürich nehmen. Oh nein. Boah. Ich muss immer den langsame Zug nehmen, Alter. Der, der über Bülach geht. Mega. Du musst weniger umsteigen. Aber es ist trotzdem irgendwie eine Pain. Die Menge. Wo musst du noch nehmen? In Altstetten. We're holding for deployment. Now is a good time to four marks. Und der Zug umsteht? Also ja, du brauchst den Zug, aber dann nachher. Wo ist es? Ähm. Ja, ich nehme den einfach zu. Der fahre gerade bei Altstetten vorbei. Also bei Hartbrock. Wo ich in Hartbrock aussteige. Und dann nehme ich den Tram. Oder ich steige Altstetten raus und laufe. Und ich nehme den Zug auf. Und ich nehme den Zug sind. Got dieser. Wie heißt das? Wo ist das? Wie heißt das? In diesem Hauptgebäude? Nein, auf dem Hönck. Hönck? Dort war ich auf jeden Fall noch nie. Nicht? Nein, also ich musste nicht. Ich hatte nie Unterricht. Ich hatte immer Ehrlicher. Der Hönck ist nice. Das glaube ich. Wer gibt es noch? Es gibt Hönck, Uni Zürich, ETH. Ich habe alle keine. Ich habe alle keine Zahlen. Gibt es nicht noch einen Berg? Oder ist das der Hönck? Das ist der Hönck. Zürichberg gibt es noch nicht. Die Econ landet. Ein Team. Die können wir holen. Wer schiesst auf mich? Mann, what the hell? Er landet auf dem Scheiss-Durm, Lorenzo. Glaubst du das? Ah, Wasserturm. Wasserturm mit ER. So einer. Jetzt ist er runter. Jetzt ist er am Ecke bei Prison. Jetzt ist er. Seh dich, Alter. Du kannst das nicht. Du bist nicht der Mensch. Oh, Decon ist voll. Lorenzo. Es läuft gerade einer entgegen. Ich probiere es live. Halt, Mann. Halt, Mann. Haschen. Nein. Jetzt ein. Es kommt ein, es kommt ein. Wo oben? Mein Stock. Ich probiere ihn flanken. Irgendwie. Yo, die campet. Yo. Die campet Ecke. Heilige Scheisse. Alter, wie grossig die campet. Yo, das gibt es ja nicht. Die campet grossig Decon. Das sind Schmidels. 1 Sekunde. 1 Sekunde. 1 Sekunde. Die sind einfach dort im Ecke gecampt. Hab ich gesagt, das sind wahr? Das sind Schmidels. Schmidels? Ja, der Schmid. Der campet auch im Ecke. Ach so. Aber schweiss nicht. Weißt du noch, wo wir mit ihm gespielt haben? Dann hat er so im Ecke gecampt. Und dann ist einer vor ihm gelandet. Und hat aber nichts gemacht. Weiß ich gar nicht mehr. Genial. Seht ihr, was hast du schon wieder? Zimmermarkt? Nein. Ach du mich. Ausgelehrt, oder? Mhm. Machst du Weiterbildung? Ja. Bin jetzt gerade 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Und was bist du dann nach dieser Weiterbildung? Äh, dann... Also jetzt bin ich einfach Mech, der halt alles mechanisch am Auto machen darf. Wenn ich das zusätzlich mache, dann kommt noch das ganze Elektronik-Zeug dazu, wie Elektroauto und all das Scheiße. Also... so Computer... also so... so... Sachen programmieren am Auto und so einem Scheiß halt. Alter, geil. Ja, es geht. Wieso? Ja, ist... ein bisschen ätzend, wenn ich ehrlich bin. Es ist schwer. Machst du ihn für's Geld, oder wie? Ja... Mann, ich habe noch gerade 1.000 bis 1.000 Sammenschutzmittel. Ja, okay. Entschuldig. Was, hast du mit BMS schnell wollen? Nein. Vielleicht später mal. Hat Marco BMS eigentlich? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Bist du BMS, Lorenzo? Wie bitte? Bist du BMS? Bist du BMS? 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 Bist du BMS auch nicht? Ja, oder, das war die Folgen dort? Das war die Falsche Schuhe oder so? Ah nein, ich bräuchte keine BMS. BMS wär eine Verschwendung für mich. Aber die meisten machen ja BMS, um nachher genau zu studieren, so wie du. Ja, aber das schon weil es leer gemacht hat, dann meinst du ja. Ich hab ja gerade leer gemacht. Ich gehöre zu den Leuten. 1-0-5. Hä, du weißt einfach nie, wie wir arbeiten dort. Doch, doch. Ja gut, du schaffst jetzt im Casino. Du schaffst schon lange im Casino. 3 Jahre. 3 Jahre jetzt? Ja, ja. Ja. Ist chillig aber so. Jetzt mal eine Frage, also muss man sie nicht beantworten, aber... Jetzt so im Casino, du schaffst ja den Bau, oder? Ja. Kassierst du im Casino jetzt, würdest du sagen, mehr trinkt Geld, wie irgendwo in einer anderen Art, oder? Ja, aber ich darf es nicht behalten. Ah, das ist ein Rieserwort. Ja, ist ein Witz. Ja. Arme noch. Oh gut, ich darf das trinkgeld auch nicht behalten. Und trinkgeld überhaupt aus mich? Ab und zu geben so etwas in die Hand, oder? Ach, egal. Meistens so in der Revisaison. Welche Firma schaffst du überhaupt? Fabias Milchbox. Kennst du den Roman Kern? Roman, 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 nein. Der hat ja warum wir uns nicht geschafft haben? Roman. Warte, warte, warte. Der hat doch Fabios... ...Mob...dings... Der ist doch bei Fabios gewesen. Habe ich gemeint. Nein, jetzt bei der... VBS-H. Aber vorher, vorher ist doch Fabio recht kurz gewesen. Da weisst du nicht. Also VBS-H habe ich auch gewusst. Ok, klok, klok, klok. Roman. Uhhh! Was? WTF? WTF? Oh ja, das sind Haare. WTF? WTF? Down oben. Von außen fliegt. Nein. Schön, Yazid. Schön. Ja, der andere hat sich gereviget, glaube ich. Ich sehe es in der Maul, Alter. Doch, da oben. Da ist er. Bitch. Dunne. Äh, da. Sind wir auf die Beaches, aber droppen oder eins? Oh ja. Ja, oh Gott. Schauen wir unten hier. Uhhh! Oh ja. Achtung, über uns. Die anderen sind oben auf dem Marker. Ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Das dritte. Er ist tot. Er ist tot, da ist tot, komm. Komm, du raufst ein ganzes Team oben beim Helikopterplatz. Das ist ein ganzes Team. Down! Ah, der Swiss, yo! Noch mal einer down! Heli, Heli kommt, Heli kommt! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Das wollte ich nicht machen! Oh shit! Von hinten werde ich angeschossen! Alter, du Muttersum! Von wo denn? Ah! Er hat von mir den Lures Loadouts geholt Oh shit! Die sind da oben bleiben! Nooo! Ja, da ist wieder ein ganzes Team unterwegs Ah, die von die können ja entzweck die Camels Und da bin ich weg vom Fenster Ah, schön, Läunzen! Und wie brauche ich? Baaah, ich kann noch Pisten Ich komme erst jetzt wieder Wer denn? Ich will Spineile, Bro Ich sehe dich Hund Tunisch rein! Live! Jetzt kommt ein heißer Oh shit! Einen, zehner Leid! Zweiter Leid! Das ist weiss. Auf Dach, auf Dach, auf Dach! Nein, nicht schon wieder von hinten, Alter! Bleib unten, bleib unten, bleib unten. Ja, das heisst, das ist doch Dach. Die Dach, auf Dach, auf Dach. Ah, ich habe ja noch mehr gehalten, ich gehe mich verstecken. Ich habe jetzt Loot, Freipotent holen. Ich glaube Loot und niemand mehr. Ich habe ihn noch gehört, weiss, und ich ziehe ihn noch. Sveti? Sveti? Sveti, was ist dein Traumjob? Mein Traumjob? Oh, keine Ahnung. Rennfahrer? Nein, kein, ich wäre schon schwierig, Rennfahrer, aber... Die Leute, die mich nur umbringen, das sage ich jetzt schon. Keine Ahnung, Traumjob. Ich finde es immer so schwierig, manchmal bin ich auch mal 18 Jahre alt. Nein, echt? Ja, ich musste mit 15 entscheiden, wann ich heute werde, Alter. Ich dachte, du bist schon 20 Jahre alt. Nein, Mann. Ich bin da ja 18 Jahre alt. Hure geil. Gehen wir raus. Viele hat mal gesagt, Alter, Top 10. Nein! Wenn ich nach 18 bin. Ja, aber der Philipp. Ja, aber der Philipp. Aber der Marco ist gerade letztens im Top 10, Alter. Der war gerade vor zwei Wochen oder so. Echt? Ja. Ich kann lange reichen, aber ich war am arbeiten, sonst wäre er auch mit. Ist es Amerika? Der Philipp. Ah, was. Bis dann im Semester, glaube ich, oder so. Ja, jetzt hat er sogar die Nummern gewählt, mit amerikanischen Nummern. Ja, würde ich auch, wenn er so lange dort... Also SIM-Karten hat er einfach, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist voll geil im Ausland. In Thailand kannst du auch einfach so SIM-Karten kaufen. Zähnst du etwa 10 Franken pro Monat. Das ist einfach unbegrenzt. In ganz Thailand. Bist du schon mal in Thailand gewesen, Sedi? Nein, Mann. Wieso nicht? Das Geld mit ihm. Auf Thailand zu fliegen. Du warst schon mal, Yazid? Ja. Bist du mal in so einer Ping-Pong-Bar? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich war leider noch nie mit Kollegen dort. Sonst würde ich gerne so mal so Dinge machen. Aber ich sprach immer mit den Eltern dort. Alter, ich bin in Griechen lang gewesen. Und dann gehe ich halt nicht in Ping-Pong-Bar. Ja gut, da wäre ich jetzt auch nicht. Aber ich bin in Griechen lang gewesen mit Kollegen. Wir sind einfach am Morgen um 2 Uhr für 10 Euro im Strip Club gelandet und haben einen Laptance für 10 Euro und ein Getränk. Das haben wir auch bekommen, aber in Napoli. Das ist geil. Aber die in Griechenland sind sicher sehr gross gewesen, Alter. Nein, das war einfach noch voll leise gewesen. Wie alt warst du da? 16 oder so? Nein, das war hier ja. Ich bin tot. Das war der Sommer, ich bin schon 18. Okay. Glück, ich habe keine so schädliche Polizei angeboten. Hahaha. Wir haben ein bisschen Besuch. Ja, ein bisschen ist gut, aber dann haben sie meine Vieh Besuch. Das geht gleich. AR, hier. Wir kommen zurück. Ich habe einen Cache. Seht, ich hole dir das Zeug da. Das brauchst du. Oh, ein Hochauf-Aim-Assist, Mann. Ja, wir sind voll drauf. A, ich bin keine so. Ernährlich haben quê? Äh. Wir haben einen Laufstehungsgericht! Wir haben einen Laufstehungsgericht! Da lebst du das noch nicht mit mir. Ich gehe jetzt in die Econ. Ich kann keine Sniper mehr. Lade, ich bringe da. Die schiessen vom Gefängnis. Probier runter in die Econ, falls du schaffst. Ah, nice. Jetzt bin ich verarschalend. Das Gefängnis ist nie schön. Eigentlich sollten wir ein Gefängnis sein. Ja, ich bin da. Mit dem Aimer. Ich kann, ich habe wieder. Das ist gut, ich habe 13. Achtung, Prison, Sniper. Oh, ich habe verfehlt. Nein. Ich habe verfehlt. Das war jetzt ein megaschlechtes. Das war jetzt ein megaschlechtes. Das ist von deinem Diebkender so gut sie tot. Ja! WTF? WTF? Hammer off. Ey, man. Es ist so nett. WTF? Oh, Tschüss! Tschüss, Sedi! Nein! Moment, ich muss heilen. Sedi, komm hinterher. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Achtung hier oben. Hinten euch, ey. Mega weak, mega weak, yes. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, da Jungs, da Jungs, da. Wo? Nein, ich bin hier, ich bin hier, verdammte Scheisse. Oh mein Gott. Ah, Alter. Mütter mich jetzt. So nass mich. So nass mich. So nass mich. Sie sind mal gesandwiched worden, Alter. Mann. Alter, sonst sie hat mir ein Hitlerzeichen im Chat reingeschrieben. Das sind High Fives. Aber ich sehe die als gross. Ach so. Ich bin gerade beleidigt. Ups. Was? Was ist los? Nichts. Verzähl mir mehr, Sedi. Mit deinen jungen 18 Jahren. Ja, viel mehr gibt's nicht. Mehr erlebt Daniel nicht. Das stimmt ja jetzt. Wann machen wir wieder Grill-Party, Sedi? Nein. Kralen. Jetzt ist es halt ein bisschen schwierig, weil es halt Arsch halt ist. Ist ja kralt, ja. Ich war schon down für Grill-Party. Ich hätte auch nichts gegeben. Nehmen wir Lorenzo mit. Kicks. Ja, da wäre ich auch dabei. Wir können ja alle in einem Schlafsack finden. Wird den ja geraucht oder? Dunkel. Oder gar nicht? Gar nicht. Wir wärmen uns uns selber auf. Das ist so das Ziel. Ich kann sogar sonst zum Mann auf der Ziele fahren. Das glaubst du gar nicht. Gar nicht. Du musst ja nicht. Shit. Shit. Shit, bro. Ich könnte ein neues Sturmgewehr spielen. Aber ich weiss nicht, was ich sonst spielen. Ähm. Soll ich dir helfen? Ich bin Bauer, ich habe Probleme mit Sturmgewehr. Ich bin nicht so ein Fan. Nimm doch den Acker. Glaubst du? Nein. Oder Aswall. Was war? Aswall. As. Das ist gut. Ganz unnötig. Naja, es war immer nicht, sondern ich nehme. F.H.L. Noch besser. Dressort. Abloh, Jungs. Bambambambam. Bambambam. Bambambam. Ich mache ihn wieder bis um 10 Uhr heute. Ich muss ja noch Essen holen. Oder halb elf Uhr spätestens. Ja, ich bin ready. Und ich muss morgen früh aufstehen. Ich habe vorgestern die zweite Impfung bekommen. Bis um 10 Uhr. Oder halb elf Uhr spätestens. Ja, halb 11 wäre ich auch dabei. Ich bekam ja vorgestern die Impfung und gestern hat es mich voll weggehauen. Also ich bin wirklich im Bett. Ich bin so... Aber ich kann es auch weggehauen. Bei der zweiten. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Du darfst ja zwei Tage weg sein. Echt? Ja. Also welche hast du genug? Die zweite ja. Modell oder? Jetzt werde ich zum Zombie in einem Jahr. In einem Jahr sterben wir alle. In einem Jahr sind wir alle so Cyborgs. Kennst du den iRobot? Ja. Wir sind dann alle wie die. Und die, die nicht geimpft sind, sind dann Will Smith. Gibt es so eine Apokalypse? Stell dir vor. Ich glaube schon. Nein, Alter, aber wenn es Apokalypse gibt, dann sind wir auch vor Zombies. Das ist nicht geil. Ich wollte immer Überlebende sein. Ja, ich auch. Weisst du deine Strategie wie ein Zombie Apokalypse Lorenzo? Ich kann mal ein Maschinengewehr haben. Maschinengewehr? Gerade so? Ja. Wo hast du das her? Ja. Keine Ahnung. Kannst du irgendwo pushen. Ähm, ein MP. Eine Markete. 4 Waffen, 1000 Schuss Munition. Ja. Und ein Panzert Auto. Okay. Das ist aber noch richtig schwierig zu bekommen. Ich weiss. Wenn ein Zombie Apokalypse losgeht, bekommst du sicher keine Waffe rüber. Ja. Kann ich auch jetzt einfach so mal. Ja. Ja, ein gepanzertes Auto, den bringst du auch an den. Mit dem Sedi seiner Hilfe. Immer. So ein fettes Jeep. Könntest du ein Auto gepanzern, Sedi? Safe, oder? Ja. Wenn du genug Metall herunterlässt, dann schon. Mössst du da denn schweissen? Oder willst du das machen? Ja, ich lass hinschweissen. Heftig. Das ist das schnellste und einfachste Variante. Hinschweissen. Oder Sushi-Niet oder so. Oder wo? Hey, Bayou ist frei. Ich go Bayou. Was ist Ironhide als der Shotgun? Was ist Ironhide? Kann ein Dreizel. Er hat ein Dreizel. Ich kann Panzer ins Riste. Ich kann Panzer ins Riste. Wer willst du für das Geld gehen? Ah, 1000. Enemy UAV overhead! Äh, ja. 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 Naa. Factory? Ach du, die sind recht aggressiv. Ich kann aufs Dach holen. Sind sie auf dem Dach oder sind sie innen? Nein, sie sind in Lorenzo irgendwo. Oder eine ist auf jeden Fall gewesen. Ah, da Lorenzo. Im Ecken ist noch einer. Wieg! Er ist da. Warte mal, der Bow. Ich habe drei mit dem Ding geholt. Wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Das ist mein Zeiss. Schön. Oh! Oh fuck, Alter. Ich schasse ihn. Alter, ich bin so schlecht. Ich bin hier ja gar nicht hindurch. Ich werde die Autos aus dem Weg. Ich werde die Autos aus dem Weg. Ich habe den Kopf in den Weg. Schnell, ich habe den Kopf auf dem Weg. Wow, du bist da voll. Hallo, Leute, Leute. Wie haben die mich jetzt... Was haben die jetzt gemacht, Alter? Ich sehe es nicht mehr, was die gemacht haben. Oder da drin ist voll? Neh, sehe ich. Wo da drin, wo ich hin bin, ist voll? Ja, ne, mit einem anderen ist doch schon gut. Ich würde mich freuen, wenn es da irgendwo noch Muni hat, Alter. Nein, ich stimme gut. Oben. Da komme ich irgendwo da, Alter. Chill! Hör! Schleuen Sie mal an, Alter. Ist denn das ohne? Ich gehe jetzt zum Lorenz rüber, um zu helfen. Oh! Ja, sieht das rein, da rechts ist einer vorbei. Zwei, rechts. Dritte, rechts. Was ist rechts, Alter? Wo ist rechts? Oh! Sie sind gerade da. Sie kommen ja gerade durch. Sie sind gerade unter uns. Ich habe kein Schild mehr. Ich habe jetzt ein Schild. Oh, gar nicht sicher. Ich komme gerade unter uns. Das Zelt. Das Team. Oh, fuck! Oh! Hat der irgendein bisschen mehr abgeschubst! Jo! Jo! Mover! Achtung, dort, dort, dort! Livemacht, livemacht! Ah, ist sie tot. Oh, shit! Oh, shit! Alter, ich bin einfach runtergeschubst worden, irgendwie. Ah, ja, super, woanders sollte ich. Bleib einfach in der Luft. Bleib in der Luft, bleib in der Luft. Weisst du, sonst haben sie mich in der Luft. Ja, aber da kommt Lorenzo rein. Ja, das ist gut. Vor dir, vor dir, vor dir. In deiner Gagast. Die sind hier rechts, rechts, eben auch von mir. Oh. Ey! Keine Chance, alle sind überall. Ich habe dort hier bei dem Zelt, man riecht mich rauf und gibt, campen einfach dort. Frag out! Enemy dropping into the AO. You've got gas moving in. Also, bei dir sind zwei auf dem Dach, eh? Ja, ich weiss. Ey, wieso ist er da hinten? Ja, ich weiss. Nein! Uiuiuiuiuiuiuiuiui! Intens, Juss, intens. Uuuah! Ey, sobald du mal stirbst und deine Waffe nicht bekommst, ist es richtig grusig. Grusig. Grusiges Gameplay. walking in the winter wonderland la 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 grab some target prank is what you can we're deploying soon the 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 Du hast mir das eigentlich gesagt, was dein Traumruf ist? Nein, ich kann das aber auch nicht sagen. Coiffeur? Nein, Alter, echt nicht. Barbier, du kannst so Bärte schneiden und so. Nein, auch nicht. Auch nicht. Kosmetiker? Auch nicht. Also keine Kosmetiker sehe ich. Ich glaube hätte ich nicht. Ich würde gerne Kosmetiker, Alter, was wie geil. Schon. Aber dann kannst du doch so Fingernägel und so von den anderen machen. Dann kannst du so tratschen und so 8 Stunden lang. Und Pedicure. Ja, ich bin der Meinung hier. Weißt du, Manikür, Pedicure. Das ist doch Kosmetiker. Also was? Nicht. Das ist gar nicht so gut. Ich bin der Mann. Oh, ja, das ist gar nicht so gut. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Alles klar. Oh, ja, mein Mann. Oh, ja, mein Mann. Das ist gar nicht so gut. Ja, mein Mann. Ich habe einen Cash. 41 Cash. Ich hole. Ich hole UAV. Oder Armour Box. Brauchen wir Ammo, oder? Ammo, Ammo, Ammo. Ich schiebe Ammo, was du brauchst. Ich schiebe bei dem Heli. Ich schiebe bei der Bayou. Ich weiß nicht. Ja. Schreie in der Innen. Achtung, hinter uns. Da oben. Da unten. Kommen! Kommen! Oben auch! Erst runter! Oh, sie sind gerade hinter uns! Ja! Einer ist da unten! Einer kommt! Oh shit! Ich bin sandwiched worden! Bei dem Fels ist auch noch einer! Einer! Eines! Einer! 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 Ich hab's! Oh! Ich probiere sie in die Pingelern zu! Die sind gerade da! Das sind die Dritte! Nein! 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 Wo bist du? Nein! Ich kann mich verwenden! Oh! Alter! Wieso ist er da? Wieso bist du da? Wieso bist du da? Wir sind gerade ziemlich viel bei diesen Bäumen da vorne! Jetzt sind gerade vorne viele bei diesen Bäumen da vorne! Okay! Ich habe nur einen Snipe und eine Pistole. Ein Baio ist abgedroppt. Können wir Baio rufen? Wir sind innen. Genau wo ist. Das ist so ein Camper. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Nein. Ich komme nur da ohne. Nein von hinten. Ich muss safe sein. Ich habe den Scheiss nicht gerechnet. Ich kann ihn nicht killen. Das ist ein komischer Enkel. Da. Da. Da auch noch mal einer. Jetzt können wir re-viven. Ich glaube da wird ein Baio enden. Da hinten. Da hinten muss sicher eine Gasmaske irgendwo. Da hinten muss ich. Da hinten muss ich. Da hinten muss ich. Soll ich mir eine Drohne oder so holen? Ich habe eine. Ah fix. Ein Cluster oder so. Ja wieso nicht? Oder mir eine Gasmaske. Ich habe eine. Ich habe eine Gasmaske. Ich habe eine. Wie ist der? Kann ich dich nicht ablegen? Nein. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe das Geld. Ich gehe es nicht. Ich komme auch gerade runter. Ich muss dein K圅 wurden nur mit nenãos nach Huna. Bis mal. Das passt zu kurz. Ich bin nicht mehr auf dem Lager. Ich kann nicht mehr zurücknutzen. Wie viele haben wir heute? Ich habe 900. Nein, da lange ich nicht mehr. Da? Da lange ich nicht mehr. Oh, ja! Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Hast du einen Hund? Wo? Wo ist er? Ich bin schon unten hier. Hast du uns Team-Pusht? Team-Pusht vor Chemical? Ich bin in der Seite. Rekons ab. UAV in die A.O. Oh, es sind die. Es sind die. Alle drei. Shit. Nichts. Be advised. UAV is Bingo Fuel. RTB for Resupply. So kann es ja gerade rein. Keine nichts. Mit der Tür ist ja. Alle drei. Die Tür wird zwecks земlich geraten. Dann wird er doch nicht weitergehen. Sie hat den Öffens inside. Alle drei, die Tür einen dritten, die Tür noch nicht mehr. Hier ist ihn weg. Dann ist er die Tür zu zweit. Dann wird der Tür rausgezogen. Jetzt wird es hier drin. Jetzt wird es für dich mittel. Alles neu. Die Tür wird kein Gas fl بعد. Und das ist für dich. Safe Zone relocated. Sasson closing in. Only four enemies remain. You know what to do. 3 gegen 2. Oh shit, ich bin nervös. Hast du schon was gesehen Lorenzo? Ich bin hier voll am Besuchen. Du hast Gas inbound. Safe Zone relocated. Gas is inbound. Gatsons closing in. Relocate in the Safe Zone. You gotta slot this bastard now. Nice. 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 Kein einziger Kill. Kein einziger Kill hat nicht gemacht. Aber die wollten auch nicht rauskommen. Scheisse. Einfach nicht rauskommen. Einfach nicht rauskommen. Vielleicht hast du keine Chance, wenn du am Schluss 2 Deco besetzt hast. Ja, die haben ja alle ihre Clusters schon am Anfang gesetzt. Die haben irgendwie so 3 Clusters auf Bayo gesetzt. Mega dumm. In dieser Fall haben wir sie zu dritter geschüttelt. Ja. Ja. Muss es. Let's gooo. Ein hat mich gefahren. Ich ziehe es. Ziehe es. Ja man. Okay. Okay. Dann schlaf gut. Hat mich gefroren, ich. Schönen Abend noch zusammen. Tschüss. Bambambam. Noch eins macht mir noch bis um 10. Ja, machen wir. Halb 11 ist ein bisschen lang. Jetzt kommen nur noch... Idiots. Mh. Mh mh 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 mh. Ja, muss er jetzt zwei Wiens, schmecken. Nicht schlecht, geil. Life Bounce. Der Gamer-Tag mit der Hand. Hast du sie schon gesehen? Ich habe sie gerade. Aha, ich war beim Lowdown. Japan? Japan? Straight from Japan! Frau Berger und Frau Reinhardt, Alter. Oh mein Gott. Nein, Alter. Oh nein, Alter. Vielleicht sind sie auch zwei E-Bails. Ja, genau. Ja, genau. Das sind's der Letzte. Ah, Frau Reinhardt. Das sind sicher zwei Primale-Eorinnen, die vollkommen. Ja, ja, genau. Das wär's, Alter. Weißt du, wie gut er ankommen? Ja, echt. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da kommt eigentlich die neue Map raus für Wasser. Warte immer noch runter. Oh, der Letzte ja. Damn. Das wird sicher wieder 100 GB Updates, Alter. Ich seh's schon. Wie schwer. DmR Action. Okay. Oh, yes. Pinch! 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 Killed, ja. Noch einer. Ein Solo. Also, let's go, Rollwalls! Ich hole! Ich hole! Ich hole! Ich hole! Ich hole! Ich hole! Pinch! Wir haben zwei! Ich habe doch zuerst gesagt, ich hole! Scheiss I'm sorry Friendly loadout drop on the way Daubrow direkt los Troll Losing ground Enemy UAV overhead Gehen wir zu der anderen gepusht Ich glaube, was ihr macht Oh ja, da innen Wie mir oben Oh ja, da innen Ja, schau, 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 schau Ja, schau, 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 schau Oh Oh shit Hand 2 Schön Wichtig Der Andershobe Wow Gehe! Gehe den Feuer! Das ist ein Wettbewerb. Yo, ich habe Cash. Construction, letztes Lied. Ich finde gerade Lowdown cold. Krusik. Wow, ja genau, Alter. Danke, Frau Berger. Ja. Hostile dropping into the area, watch the skies. You've got gas moving in. Ich habe den Kontrakten. Es ist vorbei. Be advised, da ist ein enemy Team mit dir. Wirken, Wegweiss. Deploying Sentry Turret. Was ist das? Was ist das? Ich bin in der Sights! Kapitän in! New Safe Zone located! Fireside attack! Bistation cross to adjustment! Located Armour! Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! I'm in their sights! Got to complete the mission! Felt the guns down! Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! Fireside attack! Prices are back to normal! Larking away point! There! I got it! You lost the enemy trackers! What the f***! You lost the ground! What the f***!? Enemy unit Airstrike Take care! Only 45 left! You got the good work! Hä? Auf dem Turm, Alter. Auf dem Turmschreiner. Was? Auf dem Turm, Turm, Turm. Das kann nicht sein. Ich habe ein Stück gedaunt. Nein, komm! Ist das auf dem Turm gewesen oder wie? Ich schaue, ich schaue. Kannst du einen reviven? Unfall? Auf dem Meer? Marking aid station location 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 Gap is closing in, relocating to save zone Marking aid station location That's the 10th zone! You can win this! They're targeting me Gap is moving Watch out! Drop in, I'm driving Elizabeth Marking aid station location Bwde ん Tv S1 Tv 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 Alter, vorhin auch nur, what the fuck, für überall! Du bist schon in der Luft! Nein, come on, er schiesst nicht! Oh nein, das war sogar der Letzte! Ah, ich habe das Jahrhundert noch re-vive gemacht. Ich habe nicht geschossen. Ja, alter, der hat so gestresst, meine Fresse! Was für ein Mixer, Mann! Scheiße, das nervt! Marking Aid Station Location Marking Aid Station Location Marking Aid Station Location Alter! Alter! Alter, voll der Alter! Ich muss sagen, das ist das letzte Spiel, oder? Safe! Ich mag ihn! Gute Ausbildung! Ja! Ja! Nehmen wir mal! Zwei Winds in zwei Stunden! Nein! Nein! authentischen validieren! Fehleru! Ich will das nach practice重Google StAw hoveren Sprecher wir uns an. Marking Aid Station Location Marking Aid Station Location Location Vaccine Ok!? Marking Aid Station Location receptor Ja genau Wo sind wir? Verraten Milko Call of Duty League haben wir Wischi Milko Was ist Call of Duty League? Nur dass einer Call of Duty League Schickrower Ja Aha, ich kann schon kaufen Nicht schwitziäuse Ja eben, ein Sweat Nein Ich habe einen Perling getan alter Geiler Scheiss Schickrower 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 All analyse globe Dru sibling Schickrower 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 So however Eine Wow, ganz ruhig. Ganz ruhig mein grosser Alter. Da hat gerade einen APG auf mich geschossen, Lorenzen. Pass auf. Ja, halt wo. Alter, verdammte Söhne, verdammte Söhne. Jetzt gesnipete das Jahr tausend. Boom! Oh, ich habe ihn getroffen! Oh! 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 Nein! Nein! Ich habe joked. Oh, ich habe joked. Hostile spotted. Wow! Just inbound. Hacker. Sicher. Bayo ist voller Snitches, Lorenzen. Indicating waypoint. Gehen wir weg von da. Oh, die konnte ich einen. Ich habe einen Kurs, ja. Ist das sicher? Ja, ich habe ihn gehört, ja. Ich habe die Kurs. Down. Oh mein Gott! Nein! Oh! Pain! Ich kann irgendwas machen, Mann. Bayo kannst du pushen als Leute. Alloy Cluster Strike inbound. Positive ID on the bounty target. Sort them out. An enemy team is hunting you. Stay alert. Recon's up. UAV entering the AO. Marking waypoint. B-advised. Friendly position. Airstrike inbound. Stay sharp. Enemies have already looted. What? B-advised. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Dude! I'm in their sights! Bei Ammo ist einer gelandet, kommen wir um ihn schnell um den. Einer down? Ja. Holy shit! We are gone. Finally position airstrike in place. Ich brauche Hilfe da. Wo? Wo? Wo ist denn da irgendwo? Wo? Da. Reif Mark. Kontakt Front. Down. Make for target location. We are out of time. Scrub the contract. Nice. The other stone. Move her. We are out of time. I'm not sure if I'm going to run this. We are out of time. 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 Was ist das denn? Aber jemand zieht doch mich Ah da BIE! Ah da hinten war einer WTF Die andere, Alter, die sind immer noch hier vorbei Ja, schau mal, wie die hohen Grüßt den Mongos Und jetzt sterbt sie Nein, 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 Sturm Mach keinen Scheiß, Sturm Nein Verrückt Ich habe mir Weapons nicht bevor Die zwei Die zwei Noch mal eine? Ich sehe nicht, Alter. Tschö. Ah, vor wo? Vor dort oben. Be safe? Nein, 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 nein! Bis 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 bis. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Oben. Noch mal eine oben. Der ist immer noch oben, Alter, der ist immer noch oben. Oh, oh. Oh mein Gott, der AIM! Der AIM! Holy shit, der AIM! Das war wirklich so. Hey Bro, das war nice. Ja dann. Hey, man sieht sich. Es war schon ein gutes Ring, liebe Herren und Damen und Mädels und was auch immer mehr sind. Man sieht sich dann im nächsten. Bye, bye! Ja dann.